Deswegen könnt ihr auch wirklich viele Kommentare schreiben, auch wenn die Kommentare sinnlos sind. Ich lese mir alles durch, antworte immer wieder gerne und... Hallöchen und willkommen zurück zu einer neuen Folge Mario Kart 8 mit mir, Thomas von Playgathern. Ja, in der letzten Folge war mal wieder der Aufbruch da, schlag mir eure Themen vor und das habt ihr wieder fleißig getan und wir fangen mit Yalsin Yalsin an, der mich gefragt hat, was ist mein Lieblings-Pokémon? Ich würde sagen, mein Lieblings-Pokémon ist eigentlich Darkrai. Ich mag's halt, also Unlicht-Typen sind, glaube ich, also sind meine Lieblings-Pokémon, so Absol und sowas mag ich auch sehr gerne, aber Darkrai ist meine Lieblings-Pokémon, nicht sure, mein Lieblings-Pokémon. Ach, er ist hier gerade runtergefahren. Leider sind wir hier nur zu zweit in der Lobby und ich hatte keinen Bock mehr zu suchen, denn ich hab jetzt fünfmal oder so die Lobby gewechselt und jedes Mal war da nur einer drin, ne? Treffen wir ihn? Ne, oder? Schade aber auch. Welche drei Dinge hasse ich am meisten? Gute Frage. Also ich glaube, ein... Also im Winter hasse ich es, wenn man sich so abends ganz bequem so im Bett gemacht hat, den Fernseher so anmachen will und dann so die Fernbedienung so sechs Kilometer weit entfernt liegt, das hast du, glaube ich, so ziemlich am meisten im Winter und sonst fallen mir so spontan keine Dinge ein, die ich so sehr hasse. Ne, eigentlich nicht. Ähm, nächste Frage von... Wow, das war natürlich gewollt. Kriegen wir das hin? Kriegen wir das? Oh! Okay, das war knapp. Nächste Frage. Was halte ich von Jungs, die Leggings tragen und Mädchen, die sich wie Jungs verhalten? Ähm... Ja, Jungs, die Leggings tragen ist ein bisschen komisch, würde ich mal jetzt so behaupten, denn, ja, Leggings sind eigentlich für Mädchen gedacht und nicht für Jungs. Und das ist dann ein bisschen gay, würde ich mal so behaupten. Und, ach, Mädchen, die sich wie Jungs verhalten, das kann ich gar nicht ab, wenn das solche Haftbefehl-Mädchen sind. Ey, ich fick auch rum mit euch, Schäu und so ne... Ey, sowas kann ich gar nicht ab. Ah, wenn die da noch so assig sind... Boah, nee. Fang nicht mit diesem Thema an, ey. Nicht... Ne! Ei, das war knapp. Leider können wir hier nur Zweiter werden. Ich weiß auch nicht, woran das liegt. Ich meine, ich hab alles richtig gemacht in diesem Rennen, kaum Fehler gemacht und trotzdem hat er einen großen Vorsprung. Ich hoffe mal, dass gleich mehr in der Lobby sind. Das hätte einige Vorteile und man kann besser Punkte sammeln. So. Das nächste wäre Coldscope. Ja, David, du hast einen Gamer-PC, hus, hus. Ich habe zwar eine schlechte Grafikkarte, aber der Rest des PCs, würde ich sagen, ist schon... not bad. Ich kann GTA in Full HD spielen, dank meines Prozessors, da der einiges drauf hat. Der hat 4,0 Gigahertz mit Boost 4,2. Dann habe ich noch 8 GB RAM. Was dann auch noch ein bisschen die Arbeit abnimmt, wenn ich zum Beispiel mehrere Dinge offen habe. Wenn ich zum Beispiel nebenbei Skype le, dann läuft es auch noch flüssig. Also von daher läuft alles geschmiert. Das nächste Thema von Nudelmonster. Was würde ich tun, wenn ich über... Wenn ich in einer Nacht eine Million Abos bekommen würde? Ich würde mich als erstes fragen, who the fucking hell is this shit? Nein. Also ich würde erst mal PC, glaube ich, einschalten und gucken, ob das irgendwie ein Bug auf dem Handy ist. Denn ich gucke morgens immer beim Handy so nach, was so über Nacht auf YouTube passiert ist, um zu gucken, vielleicht ist ein Abonnent mehr dazu gekommen und so. An einem PC, ob da irgendwelche Kommentare da sind. An einem PC ist es irgendwie besser, Kommentare zu beantworten. Und das ist meine Meinung zumindestens. Und ich merke gerade, dass der Fernsehsound ein bisschen zu laut ist beim Mario Kart. Und wir sind Zweite, das läuft ja schon mal gut. Und wenn das wirklich stimmen sollte, ich würde hart abfeiern, aber sowas von. Und ich werde den ganzen Tag gut gelaunt. Ich glaube, nichts könnte meine Laune irgendwie nach unten senken. Das wäre auf jeden Fall geil. Nächste Frage. Und was würde ich tun, wenn ich alle meine Abonnenten verlieren würde? Also ich glaube, ich wäre enttäuscht. Aber ich wüsste nicht, aus welchem Grund ich alle verlieren sollte. Und ja, also ich glaube, ich würde dann irgendwie nochmal mit einem neuen Kanal anfangen. Und nicht mit dem. Dann würde ich einfach neu anfangen und gucken, was man da so reißen kann. Nächste Frage. Was halte ich von YouTubern, die mit ihrer Abonnentenzahl angehen? Ähm. Also ich finde, man kann stolz darauf sein, wenn man sich einige Abonnenten erarbeitet hat. Aber ich finde, man sollte nicht allzu sehr damit angehen. Ein bisschen kann man wirklich machen. Denn man kann wirklich stolz daraus sein, wie gesagt. Aber zu sehr angeben ist dann auch so eine Sache, wo ich mir so denke, halt einfach deine Schnauze. Und ja. Denn ich bin auch stolz auf meine schon über 600 Abonnenten. Ja klar. Andere wachsen viel schneller als ich. Aber das ist mir eigentlich sucht von egal. Denn diese Leute, die sagen, du wächst ja überhaupt nicht schnell, man. Das sind die Leute, die sich alles so einfach vorstellen. Und deswegen gehe ich einfach nicht darauf weiter ein. Und wir sind Erster geworden. Boom, Bitch. So. Nächste Frage vom Easy Exzessive. Äh. Wovor hast du und hattest du in deinem Leben am meisten Angst? Ich würde sagen, jetzt mal ohne wie eine Pussy klingen zu mögen, äh, vor Insekten. Ich kann diese Dinge einfach nicht ab. Das Aussehen, ja gut, also, ja, es geht so, ne. Aber ich mag einfach nicht diese Art, wie die sich bewegen. Das ist so, bräh. Und auch Spinnen. Boah. Wenn ich eine sehe, ich kriege, ich, ich kreisch glaube ich rum wie ein Mädchen dabei. Naja, von diesen kleinen Dingern nicht. Aber sobald die ein bisschen größer sind und behaarter und dicker, dann, bräh. Die sind so ekelhaft. Äh, nächste Frage von ihm. Äh, an welcher Krankheit zerbrichst du dir am meisten den Kopf? Überall gar keine. Ich denke gar nicht darüber nach. Ich lebe einfach mein Leben sozusagen. Und ich finde, man sollte nicht darüber nachdenken. Das Leben ist nicht besonders lang. Und deswegen sollte man es einfach genießen. Und über solche dummen Dinge einfach nicht nachdenken. Ist natürlich schön, ist natürlich nicht schön, wenn einem sowas passiert. Aber, ja gut. Wenn es halt so ist, dann ist es halt so. Und, ah, jetzt muss ich meinen Handybildschirm wieder anmachen. Und versuchen hier gleichzeitig Mario Kart 8 zu fahren. Und jetzt kann ich runterscrollen. Da der Handybildschirm ja ausgegangen ist. Okay, geradeaus fahren. Das müsste eigentlich klappen. Ja, ja, ja. Okay, es hat geklappt. Äh, Erfahrungen mit Albträumen. Pff. Ich hab meistens Puppen mal im Träumen. Hat auch den Sinn, dass sie als... Ich hab als kleines Kind irgendwie irgendeinen Puppenhorrorfilm gesehen. Und seitdem mag ich die Dinger nicht. Die sind mir am unheimlichsten in allen Horrorfilmen. Wie auch bei Spinnen etc. Ich mag die Art einfach nicht, wie die sich bewegen. Und der liebe Herr Panzer hat uns das Thema gegeben. Feministin. Ich werde darauf nicht eingehen, weil da wahrscheinlich beleidigende Wörter mit reinkommen. Und deswegen will ich das Thema einfach nicht ansprechen. Und wir werden einfach zum nächsten Thema hinübergleiten. Nächstes Thema, beziehungsweise Vincent Habestru, hat gefragt, von welchem Gerät aus nimmst du auf? Ich nehme mit der Elgato Game Capture HD auf. Das ist so eine kleine Game Capture Card, die man sich um die 140 Euro kaufen kann. Ich hab mir die auf Ebay besorgt. Da war die ein bisschen billiger. Ebay-Kleinanzeigen kann ich wirklich nur empfehlen, weil da so ein fester Preis ist, wo man noch ein bisschen verhandeln kann. Nächste Frage. Halligalli, Schnaller bei Joko und Klaas. Ein treuer Zuschauer auf jeden Fall. Er würde sich freuen, wenn ich mal über Fußball, Lieblingsspieler, Lieblingsmannschaften talken würde. Okay, also meine Lieblingsmannschaft, kann ich mal so sagen, ist Bayern 04 Leverkusen. Mein Herz schlägt dafür. Und mein Lieblingsspieler, ja, also... Ja, das ist wirklich eine gute Frage. Also in Leverkusen sind meine Lieblingsspieler Bellarabi und Son Kiesling auch. Also, ich bin immer noch ein Kiesling-Fan, nur seine momentanen Leistungen sind ein bisschen mager, würde ich mal so behaupten. Zum Ende der Saison hat sich's ein bisschen gebessert, aber... Ja, der ganzen Saison über war es nicht so schnieke, wie man sich's hätte vorstellen können. Ah, jetzt hab ich die Kurve leider lang genommen, weil ich grad runterscrollen musste. Und irgendein mongolischer Vollidiot hatte hinter mir eine Feuerblume. Yay! So. Oh, Alter, fast bin ich über die Banane gefahren, hätte ich den Pilz nicht gehabt. Hans, wie wär's mit Cartoons? Ähm, Cartoons guck ich gar keine mehr. Damals, als ich noch kleiner war, hab ich sowas wie Cosmo und Wander immer gerne geguckt. Auch super RTL, oder? Nickelodeon, aber momentan, ich guck gar keinen Fernsehen mehr. Äh, gefragt wurde es von der Hans, beziehungsweise der Hansi, wie er unten hingeschrieben hat. Also, wie gesagt, äh, Animes guck ich selten. Aber worauf ich mich hart freue auf Dragon Ball Z Battle of Gods auf Deutsch. Das wird der Film sein, den ich so hart feiere und den ich mir seit fast anderthalb Jahren wünsche. Beziehungsweise seit einem Jahr und zwei, drei Monate läuft er, glaub ich, schon in Japan. Und das war grad... Ne, nicht so toll. Die heutige Folge wird mal ein bisschen länger gehen, da wirklich viele Themen vorgeschlagen wurden. Und ich freu mich immer, wenn ich mich mit euch ein bisschen talken... Ah! Erster... Ich war erster und bin jetzt... Bin ich letzter geworden? Ne, aber siebter. Not bad. Not bad, wirklich. Mir fällt gerade auf, dass uns nur noch vier Punkte fehlen, bis ich die 7000 habe. Das wird nice. Ob wir die 10.000 noch schaffen? Ja, irgendwann, schätzungsweise. Aber momentan spiele ich Mario Kart beinahe nur während der Aufnahme. Ich muss mal wieder einen privaten spielen und für die Gamescom natürlich üben, damit ich im Mario Kart 8 Turnier nicht ganz so alt aussehe. So, der Cookie Bear hat mir einige Themen vorgeschlagen. Er hat gesagt, er guckt noch nicht allzu lange Mario Kart und weiß nicht, welche Themen von daher drankommen. Also, wie gesagt, das mit den Themen habe ich erst seit zwei Folgen oder so eingeführt. Fuck! Fuck! Scheiße, Mann! Habe ich erst seit eins oder zwei Folgen erst eingeführt? Die erste Frage ist... Xbox... Also die Aussage, Xbox ist besser als die Playstation. Oder andersrum. Du sagst eh, PC ist am besten. Ähm... Ja, PC hat halt die meiste Leistung, ne? Aber es kommt immer drauf an, was für ein Fan man ist. Zum Beispiel, ich würde sagen, die Wii U ist am besten. Ja, also... Ich bin natürlich ein Hardcore-Nintendo-Fan und deswegen würde ich sagen, die Spiele von der Wii U reizen mich am meisten. PC-Spiele spiele ich kaum. Halt nur so Horrorspiele auf Steam oder Indie-Horrorspiele. Sonst GTA 5 noch für den PC, aber sonst, ja. Ähm... Das ist wieder so ein Glaubenskrieg. Playstation und Xbox. Also die Xbox 360 war von der Grafik her besser als die Playstation 3. Aber ich finde an der Playstation besser, dass die Controller viel leichter sind. Ich meine, ich mit meinem kleinen Bizeps... Ich... Ich... Ich habe dann Schwierigkeiten, den Controller zu tragen. Ah, scheiße, der Mongo hat den Stern. Fuck. Nein, Spaß. Aber ich finde die Controller bei der Playstation besser und deswegen würde ich mich schon alleine für die Playstation entscheiden. Denn wenn man viele Stunden vor der Playstation verbringt, sind die leichten Controller schon vorteilhaft. Und bei der Xbox 360, wie gesagt, die Grafik ist da besser. Aber bei der Playstation 4 und Xbox One ist die Grafik der Playstation 4 um 1, irgendwas Prozent besser, habe ich mal gemeint zu lesen. Irgendwo habe ich das bestimmt gelesen. Aber auf jeden Fall, wie gesagt, meine Meinung ist... Also ich bin totaler Nintendo-Fan, daher auch Wii U und... Ach, scheiß Blooper, Alter. Kann mir mal kreuzwesen... Nein! Ach, dankeschön, Yashi. Jetzt versuche ich, ein bisschen runterzuscrollen. Ist bei der Strecke etwas schwerer mit dem... Alle Gamer sind nur fett, die Aussage würde ich jetzt nicht behaupten. Ich meine, ich bin auch Gamer und ich bin nicht fett. Nein, also das ist eine blöde Aussage, die irgendwie von älteren Menschen gemacht wurde, weil... Ja, weil die sowas in ihrer Kindheit nicht hatten und dann beschweren die sich immer über die heutige Jugend und vergleichen die auch immer. Und wir sind Dritter geworden. Und haben wir die 7000 Punkte geknackt? Komm, 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 komm. Boom! 7.016, das läuft. Ja, also... Ah, schon wieder? Ah, auf jeden Fall, ähm, ich bin deiner Meinung, diese Aussage ist völlig übertrieben, also... Man kann auch Sport treiben und trotzdem Gamer sein. Und wenn man viel Sport treibt, glaube ich kaum, dass man irgendwie fett ist oder sowas in der Art. Deswegen, wie gesagt, die Aussage ist völlig übertrieben. Na, die nächste Aussage ist, Gamer leben nur im Keller. Ich hab die Aussage noch nie gehört, aber auch das kann man sagen, stimmt nicht. Ich meine, siehe PewDiePie ist auch Gamer und hat einfach mal fast 38 Millionen Abonnenten. Und ich glaub, damit hat er genug Geld, um sich etwas Schönes zu kaufen, beziehungsweise ein schönes Haus, etc. Auf jeden Fall, nee, das glaub ich eher nicht. Man kann auch nachher arbeiten und dann abends ein bisschen gamen. Und deswegen würde ich nicht behaupten, dass man im Keller lebt oder so. Also, die Aussage ist auch ein bisschen falsch. Und das waren dann wirklich alle Themen für diese Folge. Ich hab wirklich wieder alle drangenommen. Also, falls ihr auch wieder weitere Themen habt für die nächste Folge, ich freu mich darüber. Ich find's immer geil, wenn ich mit euch interagieren kann. Denn, wie gesagt, ihr seid die, die meine... Scheiße, Mann. Also, ihr seid ja die, die meine Videos gucken. Und deswegen will ich auch mit euch interagieren. Ich hatte das letztens mal in den Kommentaren gelesen. Bei COC. Es wurde einer aus dem Clan gekickt, weil er im CW nicht angegriffen hat. Und ich hab gesagt, wer im CW nicht angreift, soll sich auf Rot stellen. Und er hat gesagt, nichts für die Abonnenten tun. Und das find ich völlig übertrieben. Ich meine, ich interagier eigentlich relativ oft mit euch. Ich schreib immer in den Kommentaren zurück, etc. Also, das macht mir sogar Spaß, mit euch in den Kommentaren zu schreiben. Sure. Das macht mir wirklich Spaß. Und deswegen könnt ihr auch wirklich viele Kommentare schreiben. Auch wenn die Kommentare sinnlos sind. Ich lese mir alles durch, antworte immer wieder gerne. Und ja, deswegen, es macht mir einfach mal ultra viel Spaß. Deswegen, weitere Themen unten in die Kommentare rein. Und schreibt mir sonst noch irgendwelche Fragen, die ihr habt. Die werde ich dann in der nächsten Mario Kart 8-Folge beantworten. Und ich hasse diese Strecke so dermaßen, Alter. Das Einzige, was man hier machen muss, ist geradeaus fahren und Glück haben, dass man ein Item bekommt. Das war's auch schon. Ah. Sechser, ey. Komm, komm, komm. Irgend noch ein Glücks-Item. Ich bin hier sowieso der Glückliche in diesem Spiel. Ah, fuck. Komm, komm. Kriegen wir ihn noch vor der Ziellinie? Kriegen wir ihn? Jo. Aber trotzdem sind wir nur Sechser gewonnen. Dann würde ich auch sagen, das war's mit der heutigen Mario Kart 8-Folge. Wie gesagt, schreibt mir eure Fragen, Aussagen in die Kommentare. Und wir sehen uns in der nächsten Folge. Bye.